Hallo, ich bin die Rieke aus Hamburg, bin hauptberuflich Musikerin, entwickle eigene Bühnen-Performances und liebe es, auf der Bühne zu stehen. Mit dem Shooting bei fotoagentur.de habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zu mir als Person, ich bin 33 Jahre alt, sehe aber mindestens fünf Jahre jünger aus und würde mich freuen, auch an eurem Rampenlicht stehen zu dürfen.